Kannst du bitte einen Haikyuu-Skin machen? Herr Anwalt im Karasuno-Team? Klingt nice! Also habe ich mich erstmal viel zu lange drangesetzt, diesen Skin zu zeichnen. Und so sieht er im Spiel aus. Ich denke, das hat sich gelohnt. Im Ultimodus wechselt er übrigens zum Libero-Trikot. Obwohl wir schon mal dabei sind, habe ich auch noch zwei Trikot-Varianten gemacht. Welche gefällt dir am besten?